Ich lerne Deutsch. Nummer 10366 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Grundlage für ein harmonisches Miteinander ist eine gute Kommunikation. Grundlage für ein harmonisches Miteinander ist eine gute Kommunikation. Autoren können in einem Unternehmen angestellt oder freiberuflich tätig sein. Autoren können in einem Unternehmen angestellt oder freiberuflich tätig sein. Die Ambition, etwas zu bewegen, kann die Welt zu einem besseren Ort machen. Heute produzieren wir unser hundertstes Video. Heute produzieren wir unser hundertstes Video. Heute produzieren wir unser hundertstes Video. Das Thema verraten wir später. Im Frühling erwachen nicht nur die Blumen, sondern auch die Träume von Sommerabenteuern. Der Hund springt ins Wasser. Viele Hunde lieben es zu schwimmen. Heute führe ich mein erstes Seminar durch. Darauf habe ich mich gut vorbereitet. Heute führe ich mein erstes Seminar durch. Darauf habe ich mich gut vorbereitet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020